Hallo und herzlich willkommen auf dem Snuppers YouTube-Kanal. Ich bin der Paddy und heute ein neues Produkt von ESS. Und zwar die Rollbar. Die Rollbar ist jetzt eine neue Brille direkt aus der von ESS, ist jetzt halt aus der Changeable-Serie, sprich mit wechselbaren Gläsern, kommen aber später noch zu. Und vom Style her erinnert sie ein bisschen an die alten Outplays oder an die 5B. Aber gut, dazu später mehr. Die Rollbar gibt es insgesamt in zwei Varianten. Die sind natürlich noch vorher mit so einem Pappkästchen umpackt. Die habe ich jetzt schon weggepackt. Also einmal in so einem schönen Hardcase. Das erste Set mal auf. Dabei sind dann einmal Ersatzlinsen in Clear in so einem schönen praktischen Etui. Schön mit Klett hier, dass das auch sauber hält. Ein Reinigungstuch bzw. auch Transportbeutel. Das altbekannte Retention Strap. Das passt eigentlich bei so ziemlich allen ESS-Brillen außer der Credence und halt alle Helmbrillen. Also Eyes, Narrow, Crossserie, kann man alles das verwenden. Ist alles dasselbe. Und die erste der beiden Rollbars. Hier mit dem Logo von ESS in dunkel gehalten. Dabei sind dann noch eine kleine Bedienungsanleitung. Informationen darüber, wie man sie benutzen sollte. So, Sunglass Information. Schimpft sich das bei ESS und natürlich ein ESS-Sticker. So. Das zweite Kit vom Prinzip enthält sich selbe. Die Gläser sind die gleichen. Das Set ist das gleiche. Aber hier ist der Rahmen ein wenig anders. Das ist wirklich nur ein kleines Detail. Aber macht es manchmal auch aus. Nämlich das Logo ist einmal so in Silber gehalten. Das ist schon der einzige Unterschied zwischen den beiden. Das heißt, hier ist es wirklich nur eine Frage. Will man, dass das Logo so sichtbar ist oder will man es lieber in einem abgedunkelten haben? Die Rollbar hat halt ein... Ja, vom Design her sind halt zwei Gläser. Nicht wie zum Beispiel bei der Crossserie 1. Nosepiece ist hier auch nicht wechselbar, sondern es ist halt eine Brille und nur die Linsen selbst sind wechselbar. So, auf dem Rahmen, auf der Innenseite ist einmal natürlich nochmal der Produktname, sprich Rollbar. Und auf der anderen Seite, drehen wir es mal kurz, ist noch einmal halt Made in USA. Ansonsten, alles andere ist relativ einfach gehalten. Das heißt, hier der Rahmen hat von der Form her so ein bisschen was von der Crossserie. Ist so leicht gebogen, ist relativ dünn. So hier, dass der halt am Ohr nicht liegt. Und ja, hier kann man natürlich dann das, beziehungsweise den Retention Strap ganz einfach anbringen. Einfach nur mit etwas. Eindrücken, bis es klickt. Das ist manchmal etwas tricky am Anfang. Und dann noch hier. So. Ja, neuer Strap. Neues. So. Reingeklebt und fertig ist das Ganze. Dann hält das Ganze auch vernünftig und ihr könnt es halt nicht so leicht verlieren. Ansonsten ist das Ganze recht einfach zusammenklappbar. Das denke ich auch klar. Hält dann fix und kann dann auch direkt in den beiliegenden Transportbeutel untergebracht werden. Da das Ganze ein Mikrofaserbeutel ist, könnt ihr den auch für die leichte Reinigung verwenden. Das heißt, wenn da mal ein bisschen Staub drauf ist oder ihr mit dem Finger drauf gekommen seid. Kein Problem, reicht der Beutel auch völlig aus, um das mal eben schnell kurz zu reinigen. Jetzt einmal zum Wechsel der Gläser. Das Ganze gestaltet sich relativ einfach. Ihr klappt die Brille erst auf. Habe ich ja jetzt schon gemacht. Haltet das Ganze einmal hier fest. Und drückt das dann nach unten. Dann habt ihr hier schon den Mechanismus offen und könnt das Glas nach vorne und zur Seite entnehmen. Ist manchmal etwas tricky. Machen wir das Ganze jetzt mal noch auf der anderen Seite, dass man das sieht. Und drücken. Was man natürlich wieder nicht vermeiden kann in dem Falle, sind halt leichte Fingerabdrücke in dem Moment, wo man es wechselt. Das ist aber, denke ich mal, klar. So, jetzt nehmen wir mal die Gläser in Clear, weil die Rollbar ermöglicht es natürlich auch, die ist komplett sicher. Das heißt, da sind auch alle Millspacks wieder erfüllt und die Ansi ist also erfüllt genau dasselbe wie auch die Cross-Serie. Ich blende es aber euch nochmal hier alles einzeln ein, weil ich kann es mir einfach auch irgendwann nicht mehr merken, was jetzt hier das und das und die starren und die Ansi. So, jetzt machen wir es einfach wieder rein. Macht dann spürbar Klick. Jetzt machen wir noch das andere Glas rein. Wichtig halt immer mit dem langen Nupsi hier rein. So, muss ich jetzt auch erstmal kurz gucken. Ist halt andersrum etwas schwieriger. So, und eingeklickt. Und schon habt ihr hier die Rollbar direkt in Clear. Geht natürlich auch. Der Beutel funktioniert auch zeitgleich hier zum Schutz. Das heißt, ihr habt hier zwei einzelne Einschübe, dass die Linsen halt nicht aneinander geraten und sich aneinander sozusagen die Kratzer machen. Schon mal sehr durchdacht und so in dem Style wird mir das zum Beispiel auch für die Crossbow nur als ein Länger sehr gut gefallen. Ersatzgläser gibt es jetzt eine ganze Menge. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Die Smoke Grey habt ihr ja gesehen. Also alle Gläser gibt es auch einzeln zu kaufen. Clear brauchen wir auch nicht. Haben wir alle ja schon mit dabei. Aber gibt es auch, falls ihr die mal irgendwie zerstört oder nach längerer Zeit dann mal neue wollt. Irgendwann ist auch kratzfest an seinen Leistungsgrenzen. Dann kann man die auch natürlich neu holen. Dann gibt es natürlich noch den Klassiker, was die Kontrastverstärkung angeht, nämlich die gelben Gläser. Ich blende euch hier mal zeitgleich alle Werte ein für die jeweiligen Gläser. Was Lichtdurchlässigkeit und sonst was angeht. Also hier einmal die gelben Gläser. Kontrastverstärkende Sicht, gerade bei, ich sag mal, wenig Licht sehr nützlich, weil die halt sehr viel Licht durchlassen. Wie viel genau, könnt ihr ja gerade lesen. Dann haben wir hier Mirrored Grey. Das ist einfach nur eine, ich sag mal, höhere Stufe nochmal zum Smoke Grey. Das heißt, da ist nochmal ein bisschen Verspiegelung vorne. Dadurch nochmal ein bisschen mehr Licht, was wegkommt. Werte, wie gesagt, sind hier eingeblendet. Und gibt es auch einzeln. Preise schreibe ich euch unten in die Beschreibung rein. Und das ist meiner Meinung nach coolste Glas. Ich mag ja sowieso die roten Gläser, die mag ich auch bei meiner Crossbow. Aber jetzt dieser Mix aus Mirrored und Rot, den finde ich einfach saugeil. Das heißt, ihr habt einmal natürlich diesen Rotstich für die Kontrastverstärkung. Dadurch, dass es ein dunkles Glas ist, auch sehr, sehr viel Licht wegnahme. Und dadurch, dass es dann auch noch Mirrored ist, ist es auch noch, also es ist so ein Mix aus Sonnenbrille und Kontrastverstärkung. Das Ganze nochmal perfekt. Das Ganze für meine Crossbow und ich werde glücklich. Gibt es aber leider im Moment nur für die Rollbar und ein, zwei andere Brillen, die Credence, gibt es auch noch einzeln so. Damit ihr dann auch noch die Werte von den anderen Gläsern habt, hier nochmal anderen, weil Schwarz und Smoke Grey und Clear haben ja ihre eigenen Werte. Was wir jetzt hier haben, sind die Clear Gläser. Das heißt, hier geht so gut wie alles durch. Ist gerade, ich sag mal, in der Nacht natürlich das einzige Glas, was man wirklich verwenden kann. Alles andere macht da wenig Sinn. Das letzte Glas, was ja dann schon direkt mit der Rollbar mitkommt und direkt auch schon eingeklickt ist, ist das Smoke Grey. Ist halt das Standard Sonnenbrillenglas, was auch so ein bisschen den höchsten Stylefaktor hat, natürlich, wenn man jetzt das Mirrored Grey mal außen vor lässt. Alles klar, das waren soweit die Gläser erstmal. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns das Ganze noch einmal am Mann an mit dem Mirrored Copper, weil ich finde es einfach das geilste Glas. Also dann, ich habe jetzt erstmal noch meine Crossbow mit dem roten Glas. Ich muss sagen, rot gibt der Welt auch einen schönen, ja. Selbst der Marco sieht dann sympathisch aus. Nein, Scherz, machen wir weiter. Also, ich habe jetzt meine Rollbar im Subdute Kit, sprich mit dem schwarzen Logo und jetzt noch den Smoke Grey Lenses und ändere das nochmal schnell. Auch das Mirrored Copper, weil es interessiert mir einfach mal, wie das aussieht. Und vom Stylefaktor her finde ich, es ist einfach eines der geilsten Gläser überhaupt. Ich finde, das Einzige, was hier jetzt noch fehlt, ist das Ganze halt mal für die anderen Brillen. Ich weiß, für die 5B gab es das, glaube ich, noch, also für die ganze Sonnenbrillenserie gab es. Das ist leider noch nicht für die ganzen wirklichen Schutzbrillen und für die, ich sag mal, Helmbrillen, wie die hier, wie heißt sie noch, die Profile NVG. Und die Turbofan gab es nicht. So, und jetzt mal der Wechsel. Also ich finde, das Glas hat auf jeden Fall was. Das ist derselbe Effekt. Das ist erstmal eine Kontrastverstärkung in Richtung Rot. Und es nimmt halt trotzdem eine Menge Licht weg. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Scheinwerfer. Und ich kann trotzdem auch in die Scheinwerfer gucken. Ist überhaupt kein Problem. Nimmt halt trotzdem eine Menge Licht weg. Und durch die Spiegelung natürlich erst recht. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir direkt schon zum Fazit. Ja, die Rollbar ist halt mehr, ich sag mal, auf Style ausgelegt. Das heißt, man hat einerseits den Style-Faktor und man hat halt den vollen ballistischen Schutz, sprich ANSI CE EN 166, die einzige, die ich mir merken kann. Und die Millproof wird alles von den Gläsern erfüllt, ohne Probleme. Aber schreibe ich euch ja jeweils nochmal mit rein. Könnt ihr auch der Videobeschreibung entnehmen. Jo, ist mal was anderes. Ich persönlich bevorzuge halt eher den Einglass-Stil. Aber jedem das Seine und irgendwo hat es ja trotzdem was. Naja, ich verlinke euch dann jetzt trotzdem noch die gesamte Cross-Serie hier, dass ihr nochmal die anderen ESS-Produkte mit drauf habt. Das heißt, wir machen mal, ja, machen wir euch alle drei. Entsprechend die Cross-Serie, Crossbow und Suppressor machen wir mal in der Reihenfolge. Ist mal was anderes. Ansonsten hier unten haben wir noch die komplette Playlist mit allen ESS-Produkten, die wir so online stellen. Irgendwann kommt dann demnächst auch noch die Profile NVG und die TurboFan. Wahrscheinlich in einem einzelnen Video passt ganz gut zusammen. Gibt ja auch eine Menge Zubehör dafür. Naja, ich könnte jetzt natürlich noch ewig weiter labern. Mache ich aber nicht. Irgendwann habe ich auch mal Feierabend. Also, wenn ihr euch noch kein Video jetzt angeklickt habt, geht es jetzt gleich zu Ende. Und diesmal gehe ich auch nicht weg, sondern das Video läuft einfach aus.